wie erkenne ich den unterschied zwischen lieben und mögen lieben oder mögen eine frage die ihr vielleicht schon das ein oder andere mal durch den kopf gegangen ist wie erkennt man den unterschied zwischen diesen beiden emotionen es kann schwierig sein aber keiner sagt dass es unmöglich ist wenn schmetterlinge fliegen und das herz schneller schlägt lieben ist ein intensives überwältigendes gefühl du fühlst schmetterlinge im bauch dein herz schlägt schneller und du denkst ständig an diese person wenn du jemanden liebst ist es als ob du von einer unbeschreiblichen welle des glücks und der freude überwältigt wirst im gegensatz dazu ist mögen oft ein ruhigeres sanfteres gefühl du empfindest zuneigung aber es ist nicht so intensiv wie liebe es gibt keine körperlichen symptome aber es ist ein angenehmes gefühl zeit das geheimnis der liebe und der zuneigung wenn du jemanden liebst möchtest du so viel zeit wie möglich mit ihm oder ihr verbringen du willst die person glücklich machen und bist bereit kompromisse einzugehen du denkst an eine gemeinsame zukunft ihr möchtet zusammen alt werden und jede einzelne herausforderung gemeinsam meistern wenn du nur magst ist die zeit die du mit der person verbringst nur eine angenehme abwechslung es ist schön in ihrer nähe zu sein aber du machst dir keine gedanken darüber was die zukunft bringen wird eine gemeinsame zukunft aber wie triffst du eine entscheidung zwischen diesen beiden gefühlen es gibt keine perfekte lösung aber persönlicher einblick in deine gedanken und gefühle kann helfen stell dir selbst folgende frage würdest du den rest deines lebens mit dieser person verbringen wollen auch wenn es schwierige zeiten gibt wenn die antwort ja lautet dann ist es liebe wenn sie nein lautet ist es nur mögen wie du erkennen kannst ob es liebe oder zuneigung ist letztendlich geht es darum was du empfindest es gibt keine richtige oder falsche antwort wenn es um gefühle geht du solltest dich nicht von anderen beeinflussen lassen oder versuchen krampfhaft eine entscheidung zu treffen lasst deine emotionen zu und folge deinem herzen egal wie es ausgeht die erfahrung wird dich wachsen lassen und dich stärken lass deine gefühle zu denn sie bringen dich der wahren liebe näher in jedem fall ist es ein wunderbares geschenk wenn man jemanden findet den man lieben kann gönn dir zeit um zu erkunden was du fühlst aber sei auch bereit das risiko einzugehen liebe ist ein abenteuer und mit jedem schritt kommst du der wahrheit ein stück näher erstes date daran erkennst du ob ihr zusammenpasst gibt es eine goldene date regel mit der wir die zeit vorspulen können wie gerne würden wir schon während des ersten dates die zeit vorspulen und erfahren wie es mit uns und unserem date partner wohl weitergeht leider ist das nicht ganz so leicht ganz im gegenteil kurz nach dem date werden wir nur so von fragen überschüttet wer wird sich als erstes melden wird er sich überhaupt melden bin ich verliebt verlief das date gut sind wir auf derselben wellenlänge diese und viele weitere fragen bereiten uns mindestens bis zum nächsten treffen kopfzerbrechen damit uns das beim nächsten date erspart bleibt würden wir zu gern wissen wie wir schon beim ersten date feststellen können ob wir mit dem gegenüber zusammenpassen ist das überhaupt möglich oder müssen wir uns eher in geduld üben beim ersten date verlieben geht das beim ersten date herrscht in den meisten fällen ausnahmezustand wir sind aufgeregt wissen nicht was auf uns zukommt zudem gibt es einige einflüsse die und von unserem authentischen verhalten abbringen so kann es sogar sein dass man sich beim ersten date super mit dem oder der auserwählten versteht man aber gleichzeitig noch lange nicht für eine beziehung geschaffen ist und umgekehrt wo ihr euch trefft wie generell deine stimmung ist oder die aufregung können ein komplett anderes bild von dir oder deinem date partner erschaffen wenn du also nach dem ersten date denkst dass du bis über beide ohren verliebt bist solltest du dich bei einem zweiten oder dritten treffen lieber noch einmal vergewissern ob du dir wirklich etwas mehr vorstellen könntest an diesen dingen erkennst du ob ihr zusammenpasst dennoch gibt es schon während des dates einige indizien an denen du erkennst ob ihr eine gemeinsame zukunft haben könntet seine wortwahl hand aufs herz natürlich ist das erste auf das wir bei einem date achten das aussehen des gegenübers nicht weniger wichtig ist jedoch auch die wortwahl deines schwarms achte also ganz genau darauf ob ihr ähnliche redewendungen benutzt auf ähnliche bands artikel oder serien verweist je stärker eure wortwahl oder eure interessen voneinander abweichen desto schwieriger wird es dein styling natürlich wollen wir uns beim ersten date von unserer besten seite zeigen ein bisschen lipgloss hier ein schönes shirt da alles vollkommen normal sollte es jedoch zu weiteren dates kommen kannst du dich auch mal von einer lässigeren seite zeigen ist die reaktion deines schwarm auf deinen schlabber look noch genauso wie vorher dann ist das auf jeden fall ein gutes zeichen die person nimmt dich so wie du bist spontanes treffen er oder sie ruft dich an und steht schon 15 minuten später vor deiner tür jackpot damit hast du auf jeden fall eine verehrerin dein date hat es einfach nicht mehr ausgehalten auf das nächste abgemachte treffen zu warten gemeinsame interessen habt ihr gemeinsame interessen oder redet ihr aneinander vorbei er erzählt dir etwas von seiner lieblingsband oder serie mit der du nichts anfangen kannst dann kann es auf dauer vielleicht dazu führen dass ihr in mehreren ansichten euch nicht einig werden könnt bzw keine gemeinsame interessen entwickeln könnt natürlich ist es nicht zu 100 prozent ein ko kriterium es kann sich alles noch in eine positive richtung entwickeln verlasst euch einfach auf euer bauchgefühl so sagst du deinem schwarm dass du ihn magst dein herz schlägt wild und deine gedanken kreisen um eine ganz bestimmte person vermutlich bist du gerade bis über beide ohren verliebt wir verraten dir wie du deinem schwarm sagen kannst dass du ihn magst ach verliebt sein kann echt toll sein schwärmst du gerade für jemanden der aber noch nichts davon weiß dann solltest du dir unsere anleitung genauer anschauen wir verraten dir wie du ganz leicht schritt für schritt deinem heimlichen schwarm näher kommen kannst verbringe zeit mit ihm deinen schwarm kannst du natürlich nicht die ganze zeit aus der ferne anhimmeln deshalb solltest du zunächst versuchen mit ihm zeit zu verbringen freundet euch an oder verbringt mit mehreren freunden gemeinsame zeit dadurch lernst du deinen schwarm besser kennen und kannst schauen ob deine gefühle echt sind mach kleine andeutungen damit dein schwarm ein gefühl dafür bekommt dass du interesse hast solltest du versuchen mit ihm zu sprechen tauscht euch über eure hobbys eure familien und freunde aus wenn du nervös bist sobald dein schwarm auftaucht kannst du dich mit augenkontakt und flüchtigen berührungen ranhalten auch wenn dich das vielleicht am anfang noch überwindung kostet solltest du nicht zögern diese kleinen andeutungen können dir nämlich mehr weiterhelfen als du denkst dadurch bekommt dein schwarm nämlich einen sinn dafür dass du mehr als nur freundschaft möchtest spreche dir mut zu jemandem seine liebe zu gestehen birgt natürlich einige risiken es kann natürlich sein dass dein schwarm deine gefühle nicht erwidern kann doch das sollte nicht dein erster gedanke sein spreche dir zunächst mut zu versuche selbstbewusst an die situation heranzugehen und spiele im kopf durch wie du dich fühlen würdest wenn du weiterhin nichts sagst nicht viel besser oder es lohnt sich immer ein risiko einzugehen und egal wie es ausgeht du wirst daran wachsen und wer weiß vielleicht geht es ihm ja genauso wie dir nur dass du viel mutiger warst als er du wirst 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 du w